Diese tolle Sieger-Evon, die verdient mit Ihrem Aufwand, den Sie hatten, bevor jetzt noch einmal ein Schema eigentlich zu ergeben, dafür machen wir gleich nochmal das zweite Kilo bitte. Und ich denke, es war bis jetzt schon ein ganz toller Abend. Wir freuen uns auf unserer Türe, wir placken uns vor allem jetzt gerade auch noch einmal, bei einem Auto aus Eckers, die wir jetzt erst einmal mit haben. Alles wird vorbereitet, die kommen zu uns. Und auch hier brauchen wir natürlich für Ihre Leistung gleich, linken Sie, das Ding ist da geschehen. So. Alles wird alles von der Nachwitz. Wir sind gespannt auf unsere Züge. Da haben wir noch ein bisschen entgegenkommen. Anziehen mit dem Ranggarten. Anziehen mit dem Ranggarten. Alle Züge und Gäste. Alle Züge und Gäste. Und hier kommt mit unserem G-Ming. Großes Applaus für Lutzburg-Fam, Sink und Kolonial. Zusätzlich mit der Stimme auf Schiefer-Heinlich. Anziehen mit dem Ranggarten. 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 Ein zweites Ranggarten. Nun, der eine ganz schön schöne Ranggarten. Und er hat sich mit dem Ranggarten mit dem Ranggarten. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen. Und, neulich ein Wort will, nicht wieder möglich, denn das auch muss ich jetzt noch mal sitzen, ja, das wird aber wohl vom Schrauben präsentiert, aber letztendlich wird auch noch diesmal sein, das ist ein Glück, das ist auch nicht der besteige, auch Ihnen schon mal ein großes Applaus, ein großes Dankeschön dafür. Wie fanden Sie die Rede? Ja, wie Sie schon sagen, heute das erste Mal für mich, dass Sie es gesehen haben, ich war begeistert, das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, habe ganz viel, diese Arbeit, die ganz hinter mir steckt, bewundert, hat mich an meine Frühlinge erinnert, als ich es selber gesehen habe, und ich bin gerne dabei, nächstes Jahr das zu wiederholen, wenn es so sein soll, weil ich jetzt ein ganz tolles Event für heute Abend und gute Erfolge. Solltet ihr was hier, und jetzt auch jemand, der seine Team hatte, der wieder ein bisschen noch mal für die Bitte, unser Kompetenz, lieber Schiefmann-Heinz, wie war es für den aktuellen Spaß gemacht? Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese vielen Menschen, was Sie vorgeführt haben, mit den bunten Pferden, und das, ähm, Türen, Türenreiten, 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 also Kunstreiten, so wollte ich sagen, das Kunstreiten auf dem Pferd, das war, das war einfach vom Grund gesehen, alles super, super, in die Türenreiten, wirklich, und ich würde auch lieb gerne wiederkommen. Aber, einfach mal wollen wir denn, heute bist du ja rein im Unterricht, aber auch noch ein bisschen, auf dem Film und Fernsehen, weil wir führen, und das heißt, das geht auch noch Kinofilme, oder? Ja, mein Kino, ich habe ein Kinofilme für mich, der gesichert ist, da war mir letztes Jahr, Gubiarmentur, der Kinofilme, im Kinofilme, der in der letzten Jahr auch erst einmal, auf dem Kinofilme, Ich habe gestartet mit Timo und Leuten in Paderborn und gehe jetzt weiter. Also es ist alles gut. Wir sind sehr zufrieden bis jetzt und es wird weiter. Ich muss es hin zu beteiligen und großen Heideform hier im Lekör. Der ist auch komplizierend auf dem Markt. Im Kirsch Lekör. Mit darauf um Spannung zu probieren. Alle Kirsch Lekör also, die Heistkirchen, das haben wir noch gehalten. Schiefer Einrich der Wille. Ja, das ist eigentlich. Schiefer Einrich der Wille. Wir werden alle Zuschauer uns in den Raum hören. Herzlichen Dank an unsere Schüler und den Schiefer Einrich. Vielen Dank an die Jemen. Ihr habt aber wunderschön gearbeitet. Und es ist auch schön, dass ich nach Hause sehe. Alles gut. Danke auch, vielen Dank. Danke, dass ihr seid. Vielen Dank auch, aber wir müssen noch nicht gehen. Denn jetzt geben sie uns. Und wir wollen uns in der Ebene zuerst. Und wir haben eine bekannte Brasilienste angeboten. Und dann kommen wir nachher an unsere Pfadzieher. Und dann kommen wir nachher an unsere Pfadzieher. Und hier kommen Sie noch, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen großen Applaus für die tolle ersten Vierplatzivität im Showtime, in der wir heute herzlich willkommen! Applaus 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 So, ein Foto. Na, wenn ihr jetzt machen könnt ihr bitte genauso, wie wir uns in der Leitung der Ferdinale. Ein Foto. Schieffahrt. Nachdem. Nachdem. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich. Na, ja, ja. Also, ein Foto. Ein Ton ab hier der Platz. Los Amigos. Mittags. Können wir nur ganz kurz das Foto machen? Eko Wächler fotografiert. Und meine sehr verehrten Damen und Herren von Indien für seinen besonderen Ehrenkreis. Für Kinder. Teilnehmer für alle besondere Bestenbilder. Herr Lothar, bitte so gerne. Danke. Der dritte Platz. 38,54 Punkte. Mit dem Thema König der Höhe. De Dritte Gemeinschaft Schimmelow. Ja, aber Schimmelow. Applaus Ja, die Übrüche aus der Jelle sind beliebt, werden gerne ein bisschen mehr zusammenbleiben können. Ihr seid eigentlich so knapp insgesamt im Orgamm reines 200 Menschen. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt gibt es einen großen Applaus an die Weltgemeinschaft Schippelow und Herrn Wendelplatz. Und jetzt mit 9.30 Uhr dreht Wolfgang Rundgren. Ein toller Zeitpunkt für alle, die unseren Newcomer, die auch bisher stolz sind. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch! Und seid ihr dafür ein toller Verein, Anker. Ein-Mann-Champion für den Giebsel. Lieber Becker. Herr Weiner, was wollen wir singen? boo! 초 zu이어te! Commerceligmann! Dul veya weiner, wir размешagen! Tian spät. Mannes und威ster! Anteri Wenderzüge oder methodology. ānbrezüge wieder nicht. Bein Siebens theyés glaube ich auch. Der Herzlichen Glückwunsch mit Jürgen Witzel! Unser Innenkomitee nach der Ausstellung mit 0. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Team ist an den Siegern. Der Show mit Kampfes, der Leitvereine, der Team von Autos Eckers. Es hielt Ihnen zum höchsten Ergebnis nur eine halbe Runde. 39,5. Monster FC. In Anlehnung an den Monster FC. Unser herzlichen Glückwunsch zum Team 2018, den Eintracht Hagen-Winkel! 4,5, 3, 2, 1! Und, meine sehr verehrten Damen und Herren! 4,5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 10, 11, 13, 14, 15, 15, 19, 20! Und, die in der Karreis-Lene war nicht so le stem! 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1! 5, 6, 7, 1, 1.